Lass uns anfangen. Willkommen an alle. Happy Sabbath. Fröhlichen Sabbath. Ich werde mit einem stillen Gebet beginnen. Ich werde mit einem stillen Gebet beginnen. Wir haben ein neues Thema angefangen. In dem letzten Unterricht habe ich vorgeschlagen, dass wir einfach dieses Durcheinander akzeptieren oder dieses Chaos, in welchem wir uns befinden. Und gestern habe ich die Geschichte des Puzzles gegeben, dass wir einfach anerkennen, in dem Chaos, wo wir uns befinden. Und wir haben dieses Durcheinander, dieses Chaos, Identitätskrise genannt. Und wir haben ein bisschen versucht, über dieses Chaos zu sprechen und in Worte zu fassen. Was sind die Probleme, die wir haben? Und was sind die Fragen, die wir haben? So, um, wir haben das beendet. Und gestern habe ich versucht, dieses Bild des Puzzles zu nehmen. Mein Vorschlag ist, dass jeder anders puzzelt, aber eine Art und Weise, es zu tun, ist, wenn man diese unterschiedlichen Puzzleteile vor sich hat, dann tut man die kategorisieren. Das ist vielleicht der Himmel, das andere ist vielleicht der grüne Teil. Und das ist vielleicht eine Lösung, wie wir Sinn daraus machen können, aus diesem Chaos, wo wir uns befinden. Also, wenn wir all die Fragen haben, all die Probleme, benutzen wir dann Zeit, dass wir diese kategorisieren für uns selber? Das ist vielleicht ein Werk, was jeder individuell machen sollte. Aber denken wir eigentlich über die Fragen nach, die wir haben? Und sagen, in welche Kategorie würden sie passen? Und später kommen wir einfach zurück zu dieser Kategorie und versuchen zuerst, die rauszufinden. Und ich denke, das ist das Gleiche, was hier passiert ist mit uns. Also, wenn wir aufzeigen, welche Fragen wir haben und welche Gedanken wir haben, was sind unsere Probleme? Da schien, dass eine Kategorie aufkommt. Und das ist die Kategorie der Erlösung. Wie funktioniert die Erlösung? In den letzten paar Unterrichtsstunden haben wir über die Tempel-Diener gesprochen. Weil wir haben Fragen und auch Probleme, wo wir uns fragen, gibt es die Erlösung außerhalb von dieser Bewegung? Also, können Tempel-Diener gerettet werden, ohne ein Teil dieser Bewegung zu sein? Und wenn man versucht, zu der Wurzel zu gehen für diese Frage, dann denke ich, würde man zu dieser Kategorie der Erlösung kommen. Und wie funktioniert diese Erlösung? In den letzten Unterrichtsstunden haben wir dieses Bild hier benutzt. Und wir sind zurückgegangen zur Reformlinie. Wir haben gezeigt, wie Gott eine Gemeinde haben muss. Er muss seine Gemeinde auswählen. Und er benutzt dieses Zeichen der Taufe, um dies zu demonstrieren. Also, wenn er dies benutzt, dann müssen die Mitglieder der Gemeinde dies ebenfalls benutzen. Und es macht keinen Unterschied, ob die Mitglieder von der Welt kommen oder vorher Adventisten waren. Jeder muss das Blut Christi haben, weil wir sind zu diesem Bild hier gegangen. Wenn du gerettet werden möchtest, brauchst du zwei Dinge. Rechtfertigung und die Heiligung. Die Rechtfertigung befindet sich in einem Moment. Und diese Heiligung ist ein Lebenswerk. Rechtfertigung ist, wenn man dieses weiße Kleider hält an deiner Taufe. Weil du erhältst dieses Geschenk von Christi Blut. Nur ein Gedanke. Wenn wir zurückkommen und sagen, wir haben dieses Problem, wir haben diese Frage, müssen die Tempeldiener der Bewegung beitreten? Weil vielleicht gibt es gar nicht so viel Zeit. Vielleicht verstehen sie gleichberechtigt und besser als wir es tun. Vielleicht müssen sie nicht über den Sabbat verstehen. Weil es geht eigentlich auch darum, dass man seinen Nächsten anbetet. Also diese Gedanken. Was ist, wenn wir einfach aus diesen Gedanken zurückgehen würden? Und uns die Frage stellen, kann jemand gerettet werden ohne dieses Blut Christi? Und ich denke, viele Leute werden sagen, nein. Und dann, wenn man es auf die Linie bringt und man versteht, dass die Rechtfertigung Taufe bedeutet und man dann realisiert, dass die Taufe das Symbol ist vom Eingang ins Königreich Gottes und es somit in Verbindung stehen muss mit einer Gemeinde, dann löst es automatisch die Frage, oder? Hat es Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe? Seid ehrlich, weil wenn es keinen Sinn macht, es ist ein Unterricht, dann müsst ihr es mir sagen. Ist es verständlich, wo ich hingehen will? Das ist das, was ich hören möchte. Wenn etwas nicht verstanden wird, dann tut es einfach aussprechen. Es macht keinen Sinn, wenn ich hier vorne spreche und mich niemand versteht. Also werde ich es nochmal versuchen. In den letzten drei Jahren hatten wir viele Botschaften und diese haben unser Verständnis herausgefordert. Und indem unser Verständnis herausgefordert wurde, kommen Probleme auf und Fragen, welches eine normale Sache ist. Und kürzlich, wenn wir über die Tempeldiener sprechen, dann waren unsere Fragen oder unsere Probleme, können Tempeldiener gerettet werden, ohne in die Bewegung beizutreten. Vielleicht tut Gott auch einfach eine Arbeit innerhalb von dieser Bewegung und dann hat er noch dieses andere Volk, Leute in der Welt. Und somit können wir den Gedanken verfolgen, gibt es da vielleicht eine Gruppe von Menschen, die gerettet werden, die wir nie in dieser Gemeinde oder in dieser Bewegung sehen. Es ist soweit verständnisvoll. Und Gedanken sind aufgekommen, um dieses Problem zu unterstützen. Diese Zeit, die wir hier haben, ist kurz. Wir wissen nicht, wie lange diese Dispensation ist, aber wir erwarten nicht, dass es Jahrzehnte sind. So, vielleicht, wie ist diese ganze Welt, wie wir diese ganze Welt über uns hören, um eine Entscheidung zu treffen, um beizutreten oder nicht beizutreten. Vielleicht gibt es nicht genügend Zeit. Aber vielleicht müssen die Tempeldiener ja auch nicht die gleichen Gesetze haben wie wir. Vielleicht müssten sie einfach nur diese Probleme haben mit der Gleichberechtigung, aber nicht mit dem Sabbat und den Reformen. Weil von dem Studium, wenn man seinen Nächsten anbieten soll, verstehen wir, dass es um die Sechs geht. Es geht nicht um die Vier. Das sind ein paar Gedanken oder Argumente, die wir hatten. In den Problemen werden Tempeldiener gerettet außerhalb von dieser Bewegung. Macht das jetzt Sinn? Sind alle mit mir mit? Also, wir wollen eine Antwort bekommen, oder? Mein Vorschlag ist, anstelle, dass wir weiterhin in diesem Kreis sind der Argumente, welches wir bis jetzt gemacht haben, dann ist es manchmal hilfreich, aus diesen Problemen rauszukommen und es von außen zu betrachten und sich selber zu fragen, um was geht es hier eigentlich. Was ist das gemeinsame Thema? Und mein Vorschlag ist, wenn wir dies betrachten, dass das Thema die Erlösung ist. Also, die Kategorie davon ist die Erlösung. Um zu beantworten, was mit den Tempeldienern passieren wird. Können sie gerettet werden, ohne in der Bewegung weiterzutreten? Es geht um die Erlösung. Ist es soweit verständlich, dass die Kategorie die Erlösung ist. Also, im nächsten Schritt legen wir unsere Probleme zur Seite und wir würden sagen, okay, wenn es hier um die Erlösung geht, dann lasst uns doch mal darüber nachdenken, wie funktioniert die Erlösung. Denn wenn wir verstehen, wie die Erlösung funktioniert, dann wissen wir, wie ein Tempeldiener gerettet wird. Deswegen schlage ich vor, dass wir zurückgehen zur Erlösung und dass wir nochmal darüber nachdenken, wie werden wir gerettet. Mit uns, dann meine ich damit die Menschen. Und wenn wir dieses Thema wieder aufbringen, erinnern wir uns, dass Ellen White und die Bibel sagt, dass bei der Erlösung wir zwei Dinge benötigen. Es ist die Rechtfertigung und die Heiligung. Und wir haben uns daran erinnert, dass die Rechtfertigung Gottes Blut ist, welches uns reinwäscht und dieses Zeichen davon, äußerliche Zeichen davon ist die Taufe. Erinnert sich jeder daran. Das ist grundlegend ein adventistisches Verständnis. Das ist nicht nur adventistisches Verständnis, sondern auch christliches Verständnis. Also wenn ich jetzt jemanden frage, wenn ich einen Christen frage, oder wenn ich einen Adventisten frage, kannst du gerettet werden ohne das Blut Christi? Was würdet ihr denn antworten? Nein. Nein. Ich bin da jeder mit überein. Man kann nicht gerettet werden ohne das Blut Christi. Weil die Sünden, die du gemacht hast, da kannst du selber nicht feilen. Wenn das der Fall wäre, dann wäre der Plan der Erlösung gar nicht notwendig. Und es wäre auch nicht notwendig, dass Christus wiederkommt. Also wenn wir jetzt damit übereinstimmen, jeder Mensch, um in den Himmel zu kommen, um gerettet zu werden, braucht das Blut Christi. dann wissen wir, dass eine Person getauft werden muss. Weil die Taufe ist dieses äußerliche Zeichen, dass du dieses weiße Kleid erhältst. Jetzt haben wir die Frage, wenn du getauft wirst, wo wirst du, in was wirst du reingetauft? Weil Ellen White ist klar darüber, dass die Taufe dieses Eingang in den Königreich ist. Und wir wissen, dass das Königreich hier auf der Erde repräsentiert wird durch die Gemeinde. Also wer wäre diese Gemeinde? Also bevor wir zur Bewegung gehen, könnten wir sagen, es ist der Adventismus. Weil der Adventismus ist Gottes Bundesvolk. Und wenn man nicht in diese Gemeinde reingetauft wird, dann hast du dieses Blut Christi nicht, welches du berauchst für die Erlösung. Also wenn wir zu diesem Modell hier kommen, dann wissen wir, dass dieses Problem vom großen Kampf dieses hier ist Eden, wie es zerstört wird, und dann Eden, wie es wiederhergestellt wird. Also wenn wir durch die Geschichte gehen, dann wissen wir, dass bereits zwei Teile von Eden wiederhergestellt wurden. In Gottes Gemeinde. In Gottes Königreich. Welches der Adventismus ist. Und ein Teil fehlt immer noch. Und wir wissen, dass diese Dispensation hier diese Zeitperiode ist, wo Eden komplett wiederhergestellt wird. Und die Frage, die wir uns jetzt nun selber stellen müssen, ist Adventismus noch länger das Werk der Erlösung. Er tut der Adventismus immer noch dieses Werk machen, wo es Eden wiederherstellt. Und dann können wir uns die Fakten betrachten. Und dann sehen wir, dass die SDA-Gemeinde dieses Werk nicht tut. Sie tun nicht die Gleichberechtigung wiederherstellen. Und wir sehen das schwarz und weiß, wenn wir uns das Thema von Geschlecht betrachten. Sie haben akzeptiert die Gleichberechtigung, wenn es in Bezug auf die Rasse ist. Und sie haben auch den Sabbat akzeptiert. Aber wenn es um Gleichberechtigung zwischen Adam und Eva geht, dann tun sie fehlschlagen. Und somit muss Gott eine neue Gemeinde haben. Eine neue Gemeinde, die dieses Werk tut. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Bewegung aufkommt. Als Zusammenfassung Niemand auf dieser Welt kann gerettet werden ohne das Blut Christi. Deswegen musste Christus auf diese Erde kommen. Deswegen braucht man die Taufe. Du wirst immer getauft. Die Frage ist nur, in welche Gemeinde. Von Eden zu Eden. Also wenn es darum geht, dass man von Eden zu Eden geht, dann muss man in die Gemeinde getauft werden, die komplett Eden wiederherstellt. Seht ihr, wie wir hier ein Problem haben? Gibt es diese Erlösung für die Trennbediener? Außerhalb von der Bewegung. Vielleicht müssen sie ja nicht getauft werden. Wir haben damit ein Problem. Und wir gehen jetzt von dieser Perspektive weg und schauen von außen zu. Und somit fragen wir uns selber, worum geht es in diesem Problem? Was ist das Thema? Und wir können sehen, dass es das Thema der Erlösung ist. die Erlösung ist die Kategorie. Lasst uns über die Erlösung sprechen. Und wir haben realisiert, dass wenn es um die Erlösung geht, dann braucht jeder das Blut Christi. Jeder muss sich taufen in die richtige Gemeinde. Jetzt können wir dieses Wissen nehmen, und es zu dem Problem nehmen, wo wir uns befinden. Und wir könnten sagen, als eine Schlussfolgerung, dass es keine Erlösung gibt, außerhalb von dieser Bewegung, weil jeder bräuchte das Blut Christi. Und man kann dieses Blut Christi nicht erhalten, getrennt von seinem Königreich, von dieser Gemeinde. Die Schritte, die wir eingenommen haben, machen die jetzt mehr Sinn. See? Okay. Ja? Gut. Das war jetzt eine Übung. Und mein Vorschlag ist, wieso machen wir das nicht all den Problemen, die wir haben? Also, ich denke, wir kommen zu einem Punkt, wo wir realisieren, dass die Taufe für alle braucht. Also, ich denke, wir kommen zu einem Punkt, wo wir realisieren, dass die Taufe jeder braucht. Wenn jemand gerettet werden möchte, dann muss diese Person sich in diese Bewegung taufen lassen. Es gibt keine Erlösung außerhalb der Bewegung. Jetzt können wir ein weiteres Problem betrachten. Und das andere Problem ist Reformen. Wir akzeptieren den Sabbat. Wir akzeptieren den Sabbat. Es ist der Tag des Herrn. Aber muss ich ihn halten? Mit halten meine ich, wie strikt muss man ihn halten? Was ist mit dem Essen? Was ist mit meiner Freizeit? Was ist mit meinem Partner? So, there we have struggles, we have questions. Dort haben wir Fragen und Probleme. Also, wenn es um Gleichberechtigung geht. So, we are acknowledging these struggles. Und wir tun diese Probleme anerkennen. People maybe think differently. Leute mögen vielleicht unterschiedlich denken. I think it's a natural consequence of the path we've taken that these struggles have come up. Ich denke, es ist ein natürlicher Weg, den wir eingegangen sind, oder natürliches Problem, das aufgekommen ist durch den Weg, den wir eingeschlagen haben. So, now we have that struggle, we've talked extensively about it. Also, wir haben jetzt dieses Problem und wir haben sehr tief darüber gesprochen und ich schlage vor, wir lassen dieses Problem auf der Seite und wir gehen jetzt wieder raus, wir betrachten es von außen und wir sagen, was ist die Kategorie? Wo müssen wir hingehen, um eine Antwort zu finden? Und für mich, die Kategorie, die ich wiederum sehe, ist die Erlösung. Und die Kategorie, die ich wiederum sehe, ist die Erlösung. Aber nicht unbedingt die Rechtfertigung. Weil ich denke, jetzt geht es hier um die Heiligung. So, in order to maybe make sense of that struggle or give an answer, aber um jetzt auf dieses Problem eine Antwort zu geben, let us look at sanctification. Dann lass uns die Heiligung betrachten. How the sanctification works. Wie funktioniert die Heiligung? So, beforehand, we were considering, do we need to sign a contract with Christ? Vorher haben wir betrachtet, müssen wir einen Vertrag unterschreiben mit Christus? Muss ich in sein Königreich reingehen? We said, yes, we need to have baptism. Und wir haben gesagt, ja, wir brauchen die Taufe. Now we're gonna speak about what's all in the contract. Und jetzt werden wir darüber sprechen, was befindet sich alles in diesem Vertrag. Does the contract define what I have to eat and what I have to do and not do? Darf dieser Vertrag darüber sprechen, was ich tun darf und was ich nicht tun darf, was ich essen soll und nicht? Or is it not included in the contract? Oder ist dies beinhaltet, dass nicht, ist es nicht ein Inhalt vom Vertrag? Also das ist das Problem. Is to figure out how big is that contract? Also das Problem ist herauszufinden, wie groß dieser Vertrag ist. So my suggestion, as I said, is that we need to look at sanctification. Und mein Vorschlag hier ist, dass wir uns die Heiligung anschauen. Wir wissen, dass die Heiligung eine Lebenszeit braucht und wir wissen, dass es das Gleichnis dieser Pflanze ist und dass dieser wächst. Und gestern, I asked, who is that plant? Habe ich gefragt, wer ist diese Pflanze? Und Gabriella said, it's me. Und Gabriella hat gesagt, es bin ich. Dann habe ich sie herausgefordert, what part of her needs actually saving? Und dann habe ich gefragt, welcher Teil von dir braucht eigentlich die Erlösung? And she said, my character. Und dann hat sie gesagt, mein Charakter. Und dann hat Curtis gesagt, not the character which needs solving, it's the intellect. Es ist nicht der Charakter, der die Erlösung braucht, sondern der Intellekt. And then he said, ah, when I consider the nature of humanity, und dann hat er gesagt, ah, wenn ich mir die Natur des Menschen anschaue, then it's a bit more complex. Dann ist es ein bisschen komplexer. It's more about solving the higher and the lower nature. Dann geht es mehr darum, dass man dieses Problem der niedrigen Natur und schwöre Natur äh, geht. Das ist meine Worte, was er gesagt hat. Und somit wurde vorgeschlagen, dass wir wieder die Natur des Menschen betrachten. So. The nature of human being. Das Natur des Menschen. What do we know about it? Was wissen wir darüber? The nature of human being. 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 We know it's threefold. There's three categories. Wir wissen, dass es drei Kategorien gibt. Das ist dreifältig. We can say that they are the mind, morals and your physical nature. So. We can say that it is the verstand, the moral and the physical nature. Yes. He puts the nature of man in three categories. Also, he puts the nature of man in three categories. And one is the mind or the intellect. und eines ist der Verstand oder der Intellekt. We can say that it is our main box now. Then he said the moral. Und dann hat er gesagt das Morale. And then he said the physical. Yes. Und dann hat er gesagt das physische. Und mit diesen drei kann man das noch mehr unterkategorisieren mit der niederen Natur und höheren Natur. Also, man hat zwei Gruppen. The two of them would be the higher powers. Und die zwei wären die höhere Natur. And this would be the lower power. Und das hier wäre die niedere Natur. Something more you want to say? Möchtest du noch mehr dazu sagen? That's for now. Somebody else? Das ist alles. Jemand anderes? Gail? Gail? Could you say you have the inner person and the outer person? Hast du gesagt, man hat die innere Person und die äußere Person? You would have to elaborate. Maybe I've forgotten. I'm familiar with the terms, but in connection to that. Du musst dir ein bisschen weiter darüber erklären. Maybe the inner is more spiritual and the outer is more the physical. Also, das Inner ist vielleicht mehr geistlich und das Äußere vielleicht mehr physisch. Do you know the answer to that? Weißt du die Antwort darauf? You just wanted to point out the inner and the outer. Also, du wolltest nur das Innere und das Äußere aufzeigen? Okay. Thank you. Then, Curtis. Okay. Curtis. Curtis. I think that when we talk about who we are, ich denke, wenn wir darüber sprechen, wer wir sind, we talk about how those three parts are who we are and we go to heaven, dann sprechen wir darüber, wer diese Teile von uns sind und wer in den Himmel geht. And we recognize that who we are doesn't take the shell to heaven. Und wir erkennen, dass wir wir sind nicht diese, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, wenn wir über das Physische sprechen, we know that it can't be the shell. Wissen wir, dass es nicht die Hülle sein kann. So, when we, I know we use the word physical, ich weiß, dass wir dieses Wort physisch nennen, we would attach those to things like our emotions, aber wir werden damit noch unsere Emotionen mit sich bringen, our propensities and that would be what comes under lower powers. Und das wäre unter der niedrigen Natur. And so all those three things would be the inner person. Also, alle diese drei Sachen sind diese innere Person. So, you're saying the inner person is all three and the outer person is the shell? Also, du sagst, diese innere Person sind diese drei Sachen und die äußere Person ist die Hülle sozusagen oder die Musche, ja, die Hülle. Das ist unterschiedlich zu dem, was Gail gesagt hat. Gail, realisierst du das, dass es ein Unterschied ist zwischen dem, was du gesagt hast und Curtis gesagt hat? Ja, weil er beschreibt das physische, diese innere Person. Nein. Er hat diese innere Person beschrieben. Also, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann schlägt er vor, dass diese drei Dinge die innere Person ist, während du gesagt hast, dass nur diese zwei die innere Person ist. Also, man braucht alle drei Sachen, um die innere Person zu haben. Also, du sagst mir, also, um diese ganze Person zu haben, braucht man alles, damit man vollständig ist. Wir brauchen das Intellekt, die Moral und das physische. Was Curtis noch mit einbringt ist diese Schale, die Hülle. Das Haus, in dem wir leben. Curtis? Curtis? Ich versuche, das Beispiel zu benutzen, das ich von vorher benutzt habe, aber besser. Wir wissen, dass, wenn wir in den Himmel gehen, wir nicht unsere Höhle mitnehmen. so Tamina geht in den Himmel, vielleicht, hoffentlich, aber Tamina nimmt nicht Taminas Körper mit sich. Also, wenn Tamina nicht ihren Körper mitnimmt und Tamina Intellekt, Moral und physisch ist, dann kann es nicht sein, dass der Körper dieses Physische ist, über das wir sprechen. Es muss etwas anderes sein. Leider oder glücklicherweise ist es so, dass Ellen White und Paulus und andere biblische Schriftsteller dieses Wort physisch benutzt haben, weil wir verwirrt werden. Aber Ellen White klarifiziert, was sie sagt, indem sie sagt, dass das Physische, worauf sie sich bezieht, our propensities, unsere um, how do you describe propensities? Wie sagt man dieses Wort? Like, yeah, your inclinations, your yeah, yeah, we'll leave that. Palances okay. Deine Neigungen. Gail agrees? Also Gail stimmt damit überein. So I think when it comes to the nature of humanity, it's a complex study. Also ich denke, wenn es zum Natur des Menschen geht, dann ist es ein komplexes Studium. it has taken this movement, the movement spent a lot of time studying it. Deswegen hat die Bewegung sehr viel Zeit damit verbracht, dieses Thema zu studieren. Wir müssen einfach diese vergangene Information wieder aufrufen. Aber das Intellekt ist das Verständnis und die Erkenntnis. während dem das Moral das Bewusstsein ist und der Wille und das Physische wo wir ein bisschen darüber verwirrt werden. Aber wenn man sich ein Weid betrachtet, wie sie es benutzt hatte, dann würde sie manchmal dieses Physische als diese Hülle benutzen. Aber wenn es dazu hier kommt, diese niedrige Natur, dann sieht man, dass sie sich auf die Gefühle bezieht, Gedanken, ich denke auch Lust, dieser Wunsch und Anziehung. also also diese Sehnsucht also als ich Gabriele gestern gefragt habe, welcher Teil von dir braucht die Lösung, wollte ich zum Punkt kommen, dass ich fragen wollte, was von uns geht eigentlich in den Himmel? und wir wissen alle, dass es nicht darum geht, dass es das Haus ist, in dem wir leben, sondern es ist das, was in uns ist und was ist in uns drin. und das ist dort, wo wir hierhin gehen. Das bist du. Das ist, was in den Himmel geht, wenn alles in Ordnung ist. Also wenn wir uns die Heiligung anschauen wollen und wie sie funktioniert, um das hier zu verstehen, dann wäre das eigentlich ziemlich hilfreich. Wenn ihr euch daran erinnert, an die Natur des Menschen, haben wir gesagt, wenn ich hier unten noch eine kleine weitere Box mache, es gibt zwei Wege. Entweder hat man die höhere Natur, die über der niederen Natur ist, das ist eine Version, oder die andere Version ist, dass man die niederen Mächte hat, die höhere Mächte regiert. Also entweder sind die Gefühle oder Emotionen werden diese Gefühle oder Emotionen dein Verständnis oder deine Entscheidungen darüber stehen, oder dein Verständnis und dein Wille wird über deinen Emotionen herrschen. So that's the difference. Das ist der Unterschied. Also von Ellen White wissen wir, dass dieses hier gut ist und das hier ist schlecht. Ellen White sagt, dass deine höhere Macht regieren sollte. Du sollst nicht kontrolliert werden durch deine Emotionen. Aber wie tun wir das zurück auf die Heiligung beziehen? das hier ist, weil das hier unten dieses ganze Paket, das bist du. Und wir haben gesagt, hier ist du. Hier ist die Pflanze du. Welches bedeutet, dass dieses hier ist? So wie würde es funktionieren? Welche Frage kann ich jetzt stellen? Curtis? Curtis? Okay, Gabriella? Gabriella? I would question how do we put this now into practice? ich würde fragen, wie machen wir das jetzt, wie setzen wir das in praktisch um, um gerettet zu werden? Wie werden wir gerettet? Wie machen wir es, setzen wir es in Praktik um? Also wenn ich zusammenfassen kann, erinnert erinnert wir wollen dieses Problem lösen, in dem wir uns befinden, dieses Chaos, und wir gehen einen Schritt zurück und schauen uns die Erlösung an. Und im Spezifischen schauen wir uns die Erlösung an, die Heiligung an. Und die Frage ist, wie groß wird dieser Vertrag sein, wenn ich ihn unterschreiben muss. Und um das zu verstehen, gehen wir hier hin zur Heiligung. Wir müssen wissen, wo wir das hier finden. Hat irgendjemand eine Idee? Curtis und Gabriel in this morning study heute morgen im Studium das Aline gemacht hat, hat sie ein paar Zitate vorgelesen, wie die Israeliten korrupt geworden sind in dem Verständnis von Gott oder getäuscht wurden. Und Gott musste kommen, um sie von dieser Verwirrung zu vorgelesen. Wenn wir diese drei Elemente betrachten und wir fragen uns, was ist diese Korruption oder Verfälschung in dieser menschlichen Natur, würde ich vorschlagen, dass wenn wir über unsere Gedanken und Gefühle und Wünsche und Sehnsüchte nachdenken und wir erkennen, dass wir all diese Dinge von Gott bekommen, würden wir dann sagen, dass das verfälscht ist? Ich würde sagen, nein. Was ist mit dem Moral und dem Bewusstsein und dem Willen? Und dann würde ich nochmal vorschlagen, nein. Aber von diesen Zitaten, die wir heute Morgen gelesen haben, haben wir das, was sie dachten, was falsch und was richtig war, das war verfälscht. Denn in ihrem Bewusstsein wurde ihnen gesagt, ihr Bewusstsein, der Apistier ist Gott und somit war in ihrem Kopf, das ist das Richtige. Aber sie waren nicht richtig, denn ihr Verständnis davon, was richtig ist, war verfälscht oder falsch. Und somit ist mein Vorschlag, dass zur Zeit des Endes am Anfang von diesem Lebenszyklus der Pflanze muss etwas aufkommen, um dies zu vertiefen und das ist Licht, eine Botschaft oder Regen, welches dein Intellekt oder dein Verständnis löst. und wenn das passiert, dann ist es immer noch nicht genug. Denn du hast nur zwei Versionen aufgezeigt, wie diese drei Dinge miteinander funktionieren. Somit muss man immer noch dorthin gehen, zu diesem höhere Natur, was die niedere Natur beherrscht. Den Rest habe ich nicht ganz mitbekommen. Zusammenfassend, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wo du das Problem siehst, wo wir noch weiter reingehen, tief vergraben müssen, um die Lösung zu finden, ist hier, looking at these what option are we, one or two, dass wir uns diese Optionen anschauen, welche Option sind wir eins oder zwei und dieses hier ist unser Verständnis korrupt. Was denken andere? Wie funktioniert die Lösung? Es sollte jeder von uns weil alle sind hier, weil sie erlöst werden möchte. Was do you think Gabriel? Oh Gabriel, didn't you have a comment? Gabriel, hattest nicht du noch einen Kommentar? Ich habe ein bisschen deine Frage verloren, ich weiß nicht mir genau was deine Frage war. Frage war ziemlich offen. Ich habe eine Zusammenfassung gemacht und habe gesagt, wir haben dieses Toch einander, dieses Chaos, wie groß wird dieser Vertrag sein? und dazu wäre mein angehensweise gesagt, wir gehen einen Schritt zurück, wir schauen uns die Kategorien an und ich schlage vor, dass das die Heiligung ist. Wir gehen zu dem hier, Heiligung, und Gabriella haben uns hierhin gebracht, das sind wir, das bist du, die Pflanze und wo sehen wir die Erlösung in Beziehung dazu? Wie kommen die zusammen? Und ich habe es offen gelassen, dass Leute einfach Input geben können. Now that we have that we on the same page who we are, I think you already pointed out that we need to be justified. Ich denke, du hast bereits aufgezeigt, dass wir gerechtfertigt werden müssen. And now we as per definition as it is on the board need to step forward in sanctification. Und gemäß wie es auf der Tafel steht, müssen wir weiter gehen in diesem Schritt der Heiligung. So how if that is us how do we step forward in sanctification? Wie gehen wir dann weiter in der Heiligung? Oder wie haben wir diesen fortschreifenden Heiligung? role? Wie wächst du als eine Herausforderung? Möchtest du nicht mehr zu dir selber werden? wie du die Also es wurden verschiedene Gedanken heute Morgen mit uns geteilt. Du hast auch Licht erwähnt, und we have this saying that we need to live in accordance to the light that we are given. Und wir sagen, dass wir gemäß dem Licht leben müssen, das uns gegeben wird. Und ich glaube, das jetzige Licht, das wir erhalten haben, ist die Gleichberechtigung. Und um weiterhin Fortschritt zu haben in diesem Heiligungsprozess müssen wir weiterhin Gleichberechtigung noch mehr verstehen oder in Praktik umsetzen. Gabriela? Also ich wollte meine Hand aufstrecken, weil ich etwas sehr ähnliches wie Gabriel sagen wollte. Weil ich habe darüber nachgedacht, wenn wir als Person die Pflanzen sind, dann würde ich vorschlagen, dass die Mitternachtsrufbotschaft wachsen muss. Und wenn wir nur die Pflanze dann brauchen wir den Regen. Aber wenn wir nur die Pflanze sehen, wir brauchen auch den Regen. Und die Frage ist, was ist dieser Regen? Also ich tue jetzt hier einschreiten, bevor wir einen weiteren Kommentar nehmen. sind in diesem Modell der Heiligung. Die Botschaft muss nicht geheiligt werden, sondern wir. Wir die Pflanze sind, also du und ich, also ich sage es jetzt mit der Ich-Form, ich bin die Pflanze und ich bin das hier. Und mit diesem Modell weiß ich, dass die Pflanze wachsen muss. Und ein Weid geht noch weiter und sagt, entweder wächst du oder du stirbst. Was bedeutet das? Werde ich einfach noch mehr ich selbst? Wenn das hier ich bin und ich wachsen muss, bin ich dann nicht einfach noch mehr ich selber geworden? Vielleicht bin ich ein bisschen mehr ausgeglichen geworden? Also dieser Lebens-Arbeits- Ausgleich. Wenn man sich die Welt betrachtet, wo die Gesellschaft zusteuert, geht in eine Richtung, mehr mehr yourself. Dann geht es in diese Richtung, dass man mehr sich selber sein sollte. Seine innere Stimme finden sollte, dass man mit sich selber in Frieden ist, zu demonstrieren und seine Persönlichkeits ermöglicht, seine Persönlichkeits und seine Überzeugungen selber zu äußern. Freiheit, Redefreiheit und Ausdrucksfreiheit. Also ist das, was das Wachstum ist? Ich werde einfach noch mehr ich selber bequem mit meinem Körper. Ich habe die Freiheit, weil das sehen wir in der Gesellschaft. Aber ist das wie die Heiligung funktioniert? Könnt ihr meinen Gedanken folgen, meine Herausforderung folgen? Heiligung sagt uns, die Pflanze muss wachsen und die Pflanze ist das hier, das bist du. Ich muss wachsen. Versteht ihr, was ich damit meine? Man ist mehr verbunden mit seinem Seelen mit seinem inneren Sein. Ist das, was es hier sagt? Könnt ihr jetzt verstehen, wieso dieses Durchhören und dieses Chaos, wo wir es drin befinden, so natürlich ist? ist. Weil wir wollen uns selber ausdrücken, wir wollen endlich frei sein, ist es nicht das, was die Gleichberechtigung sagt, niemand steht über mir, ich bin frei anzuziehen, was ich will, zu tun oder essen, was ich will, und niemand kann mir sagen, was ich tun soll. Ich muss mich gut fühlen und ich fühle mich gut, wenn ich zum Beispiel Make-up drauf mache und ich fühle mich gut, wenn ich mich so und so kleide, ich fühle mich gut, wenn ich so und so esse und wegen meinem Trauma kannst du mir gar nichts verbieten. Also es ist ein sehr tiefgründiges Problem, in dem wir uns befinden. Und jetzt müssen wir betrachten und anschauen, sagt es gleich nicht das? Okay, people are saying they're shaking their head, they're not saying, they're shaking their head. Also Leute, schütteln ihren Kopf, aber ihr wisst, was jetzt kommt. Ich werde euch fragen, wieso schüttelt ihr euren Kopf? So wir haben Gabriel, und dann haben wir Gail. So, if I just reiterate what I was saying that I think this process of sanctification is about equality, also wenn ich nochmal wiederhole, was ich vorher gesagt habe, dieser Prozess der Heiligung geht um Gleichberechtigung, I would argue that equality is not so much about ourselves. Dann würde ich argumentieren, dass die Gleichberechtigung nicht so sehr über uns geht, sondern es geht darum, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. I think this can be elaborated, but I think it can be erweitert werden, but the Gleichberechtigung is not that I I I So, I hope Gabriel won't mind, I will challenge that thought, because when we say equality is not so much about oneself, because when we say that the Gleichberechtigung is not so about oneself then tell it to all the abused women, which for the first time in their life have the chains freed for them and they say finally I'm free and they say finally I'm free for the first time it's not about this male in my life may be in my life For the first time in my life it's about me I'm equal to him I'm equal to him It's just a thought it's a challenge if you want to answer you can but if you don't want to get rid of him don't try to be on the same level I would say then let him go but isn't that selfish were women not always taught to be less selfish and be the servant of a male being and be the servant of a male being dienerin this is why it's so problematic to to talk about this issue in very general terms not saying that we are doing this I'm saying that we are being superficial here but I think it's reaching equality whatever this may be we have already mentioned classes that it takes equity in order to get to that point so yes you need to put first the interest of those who have been abused or suffered also yeah man must this fort to leave or on the women who have all the time misstraught were okay 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 why did you shake your head wieso hast du deinen kopf geschüttet ich habe meinen gedanken verloren wegen gleichberechtigung also heiligung also wenn Ellen White sagt wir sollen nicht die niedere Natur sondern die höhere Natur benutzen dann dann tun wir so Gott übergeben und wir haben wir wachsen und wir haben das Verständnis oder die Erkenntnis wo wir diese Gefühle ablegen über die wir sprechen und das hilft uns in unserem Prozess der Heiligung Danke Ich mag deine Gedanken René du hast deinen Kopf geschüttet kann ich dich fragen also ich habe meinen Kopf geschüttet wo du darüber gesprochen hast ob wir damit übereinstimmen was du gesagt hast oder nicht aber jetzt würde ich gerne einen Gedanken mit einbringen wenn wenn du darüber gesprochen hast über die Frauen die missbraucht wurden und du erwähnt hast dass wir versuchen eine bessere Person zu sein in der Bewegung eine Frau zu sein eine schwarze Frau zu sein hat gott methode mit mit us hat gott wundervolle methoden mit uns benutzt wenn ich jetzt persönlich spreche ein paar Tage habe dachte ich dass die Bewegung uns hierhin bringt was wir jetzt erleben und wenn ich gedacht habe dann habe ich gedacht vielleicht wäre ich dann nicht in dieser Bewegung aber die Art und Weise wie die Sachen hier aufgezeigt wurden können wir dies benutzen um weiter zu gehen weil es ist zu viel aber wir können damit umgehen und ich würde jetzt gerne noch Wörter der Ermutigung sagen weiter weiterzumachen weiter zu gehen danke für dein Zeugnis also wir kommen zum Ende des Unterrichts also ich werde jetzt bald abschließen und wir werden morgen früh weitermachen diese lokale Zeit hier wir befinden wir befinden uns in einer Identitätskrise wir befinden uns in einer Identitätskrise wir haben Fragen und Probleme Mein Vorschlag ist zurück zu gehen zurückzugehen um unsere Probleme zu kategorisieren und zu kategorisieren was sind eigentlich die Probleme und dann versuchen diese herauszufinden und eines davon würde ich vorschlagen ist die Erlösung wie funktioniert die Erlösung und wenn es darum geht wie groß wird dieser Vertrag sein in anderen Wörtern wie viele Gesetze werden in diesem Vertrag sein wenn ich ihn unterschreibe und mein Vorschlag ist dass wir zur Heiligung gehen und nochmal verstehen wie die Heiligung funktioniert und somit befinden wir in diesem Gleichnis der Pflanze die Pflanze bin ich und ich bin das hier und ich weiß von Ellen White dass diese Pflanze entweder wächst oder stirbt was würde das bedeuten wenn es um mich selber geht muss ich einfach noch in eine tiefere authentische Art und Weise von mir selber wachsen das ist nämlich das was die Gesellschaft um mich herum macht und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht vielleicht ist es ja gut wenn wir die Gleichberechtigung betrachten wenn wir Frauen betrachten dann ist für die erste Zeit in ihrem Leben wurden die Ketten gesprengt und zum ersten Mal sind sie frei sich selber zu entwickeln herauszufinden wer bist du was möchtest du was ist dein Ziel also ist es das wenn du über das was zu meiner Pflanze sprichst diese Pflanze wird einfach größer und schöner also eine Frage die uns hilft dass wir weitermachen im Unterricht im nächsten Unterricht etwas das wir hatten in der Konversation nach dem Unterricht gestern um diesen Wachstum hier zu verstehen müssen wir uns fragen was bringt diese Pflanze zum Wachsen welch wächst die Pflanze für durch sich selber braucht die Pflanze gar nichts anderes um zu wachsen ich befinde mich jetzt im Gleichnis oder gibt es da etwas was die Pflanze braucht damit sie selber wachsen kann das ist der Gedanke mit dem ich jeden so belassen will und nächster Klasse im nächsten Unterricht im nächsten Unterricht sprechen wir darüber braucht eine Pflanze noch etwas Zusätzliches um zu wachsen und wenn es so ist dann was ist diese Sache lasst uns zu einem Gebet niederknien ein mächtiger Gott ein mächtiger Gott danke für deinen Sabbat Tag danke für deinen Sabbat Tag danke dass wir hier zusammenkommen können und die Erlösung wieder betrachten können wie werden wir gerettet vielleicht ist das ein Thema vielleicht ist das ein Thema das wir so unbedingt hören müssen und uns daran erinnern müssen in der Zeit wo wir die Richtung verloren haben und wo wir nicht mehr wissen was richtig und was falsch ist bitte segne diese Gemeinschaft bitte segne diese Gemeinschaft und bitte segne diese Anstrengung dieses Thema zu verstehen ich möchte diesen Tag in deine Hände legen und jeden einzelnen von uns in Jesu Namen Amen Amen